Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das erste Mal in der Argus-Klinik-Geschichte, dass wir via YouTube-Livestreaming das Ganze zu Ihnen nach Hause bringen und Sie nicht zu uns kommen müssen. Mein Name ist Hauschild, ich bin leitender Arzt und ärztlicher Direktor der Argus-Klinik und werde Ihnen zusammen mit meinem Kollegen Dr. Schopf die Themen präsentieren, die Ihnen Herr Schopf jetzt vorstellt. Wir haben Ihnen zwei Vorträge vorbereitet. Den ersten Vortrag hält Dr. Hauschild mit dem Thema Galenkersatz und Nachbehandlung in Zeiten zu Corona. Und ich werde Ihnen die Stufentherapie der Arthrose in der Knie- und Hüftgelenkschirurgie präsentieren. Den Link zu unserem Livestream sehen Sie zum einen auf unserer Homepage oder aber auch auf dem Facebook-Kanal sowie auf dem YouTube-Channel unten eingezeigt. Und damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wird, werden wir unsere Hygienebeauftragte Ärztin, Frau Dr. Salzbrenner, zu einem kleinen Interview noch dabei haben, damit wir auch diese Informationen Ihnen live präsentieren können, wie der aktuelle Stand hier im Enzkreis bzw. in Baden-Württemberg ist. Wir freuen uns auf Mittwoch. Ich hoffe, Sie sich auch. Seien Sie dabei. Machen Sie mit. Vielen Dank.